Hey, dieses Tutorial ist der Auftakt zu einer Videoserie über den Thrive Theme Builder, dem super flexiblen Theme aus dem Hause Thrive Themes, das bei dir garantiert keine Wünsche offen lässt, wenn es um das Layout und das Gestalten deiner Webseite geht. Damit bei dir keine Fragen mehr auftauchen, wie das alles jetzt funktioniert und warum vielleicht etwas nicht funktioniert, würde ich sagen, legen wir einfach in diesem Video gleich mal los mit der Installation und mit der paarminütigen Aufsetzung und den Grundeinstellungen des Thrive Theme Builders. Was du hier jetzt siehst, ist eine komplett nackte Installation von WordPress, die ich auf meiner Testseite eingerichtet habe. Und wenn wir uns kurz mal anschauen, wie das Ganze jetzt aussieht, dann siehst du nichts. Es ist das Standard WordPress Theme installiert, das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe. Und da solltest du, falls du den Theme Builder komplett neu aufsetzt und nicht gerade jetzt schon von einer bestehenden Seite umziehst, dir eventuell auch gleich mal Testblocks anlegen. Und zwar einfach deswegen nur, weil es es für dich einfacher macht, später bestimmte Designs und Layout-Grundlagen festzulegen. Also starten wir einfach mal. Und zwar das Erste, was du machen musst, ist dich in dein Thrive Themes Dashboard einloggen, in dein Member Dashboard und hier auf den Thrive Product Manager Plugin Download klicken. Das lädt dann die ZIP-Datei herunter, die wir dann anschließend bei uns auf der Website unter Plugins installieren, hochladen, hochladen können. Wähl einfach die Datei aus und klick auf installieren. Sobald du den Product Manager installiert und aktiviert hast, findest du diesen hier jetzt in der linken Spalte und dann kannst du gleich mal draufklicken und musst dich erst mal mit deinem Account einloggen. Sobald das dann geschehen ist, siehst du hier die ganzen einzelnen Thrive Produkte, die du dir installieren kannst. Je nachdem natürlich, welches Paket, welches Angebot du dir von Thrive Themes gekauft hast, siehst du hier vielleicht nicht alle. Ich selber bin Inhaber der Thrive Suite, deswegen sehe ich jetzt alles, was Thrive Themes momentan im Angebot hat. Was wir hier brauchen, sind zwei Dinge. Einmal Thrive Architect und einmal den Thrive Theme Builder. So und sobald das Ganze jetzt installiert ist, klickst du einfach hier bei Thrive Theme Builder noch den Haken an und bestätigst das Ganze mit Activate Selected Products, sodass das Theme auch aktiviert wird. Eines möchte ich dir vielleicht noch sagen. Der Grund, warum ich Thrive Architect jetzt mit installiert habe, ist einfach nur, weil ich auf dieser Testinstallation dann noch mehrere Videos machen würde. Natürlich musst du, vor allem wenn du Thrive Architect ohnehin nicht hast, oder auch wenn du es hast, musst du Thrive Architect hier jetzt nicht mit installieren, sofern du zum Beispiel den Gutenberg Editor dann benutzen möchtest. Ich will den Page Builder eben benutzen. Ich arbeite ständig damit, deswegen habe ich den gleich mit installiert. Klicke jetzt hier einfach auf Activate Selected Products. Du siehst, jetzt ist es ready to use. Und jetzt können wir gleich mal zum Thrive Theme Builder Dashboard springen. Hier musst du dir jetzt als erstes ein Theme aussuchen, und zwar ein Companion Theme nennt das Thrive Themes. Das heißt, der Thrive Theme Builder ist das Grundgerüst deiner Webseite, der dafür zuständig ist, dass du alles verschieben kannst. Die einzelnen Themes hier, die Companion Themes, sind quasi Gewänder deines Theme Builders. Und du siehst hier, das sind verschiedene Designs. Das Omi Theme ist eher ein bisschen runder, farbenfroher. Shape Shift war das erste Theme. Eine Zeit lang auch das einzige Theme, das du dir auswählen konntest. Das ist kühler, businessmäßiger. Quick ist eher ausgelegt auf Geschwindigkeit. Hier wurde ganz viel auf den ganzen Design-Schnick-Schnack verzichtet. Und Bookwise schlägt ein bisschen aus der Art, weil das ist jetzt größtenteils wirklich nur für Autoren angelegt. Also genau für eine spezifische Zielgruppe, die hier ihre Bücher selber über die eigene Website vertreiben wollen. Und hier gibt es auch ein paar Anzeigeoptionen, die dir halt nur helfen, wenn du auch jetzt eben Bücher, E-Books oder sonstiges anbietest. Prinzipiell noch eins dazu. Eigentlich ist es komplett egal, welches Theme du dir jetzt hier auswählst, weil die sich untereinander nicht unterscheiden. Auch wenn Quick jetzt auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, ist Quick eigentlich nur schneller, weil es eben auf den ganzen Schnick-Schnack verzichtet. Sobald du hier bei Quick anfängst, selber auch wieder Bilder, Videos, bestimmte Elemente, alles auf deine Seite zu packen, wird es von der Geschwindigkeit her, von den Werten genau wieder auf diese kommen, wie auch die anderen Themes kommen. Das heißt, vielleicht gehst du einfach nur mal hier von deinem Grundgedanken auf eins dieser Themes, wenn es dir gar nicht gefällt, dann wechselst du später einfach wieder, denn das ist überhaupt kein Problem. Ich will jetzt einfach mal das Omi aus, klicke hier auf Choose und schon sind wir hier im Site Wizard von Thrive Theme Builder und der Site Wizard führt dich quasi Schritt für Schritt an der Hand durch die Grundinstallation. Hier siehst du auf der linken Seite jeweils die einzelnen Tabs, die wir durchgehen werden, das Logo, deine Markenfarben, die du hinterlegen möchtest, wie soll Header und Footer aussehen. Nur eins gleich im Vorfeld, wir werden relativ schnell hier mit dem Site Wizard durch sein und wie gesagt, das sind nur die Grundeinstellungen. Du kannst alles später nochmal ändern, also du brauchst keine Angst haben, dass du hier einen Fehler machst. Was ich dir nur raten würde, lade dir vielleicht bereits im Vorfeld oder bereite bereits im Vorfeld dir ein Logo vor, am besten eine helle und eine dunkle Version und schreibe dir auch gleich mal deine Markenfarben raus. Dann hast du hier gleich mal alles hinterlegt. Wie gesagt, wenn du das noch nicht hast, dann mach es einfach später. Gut, klicke hier auf Get Started und schon geht es los. Hier können wir jetzt das Logo hochladen, das mache ich jetzt mal kurz. So, hier ist mein Logo drin und der Theme Builder gibt dir auch gleich die Möglichkeit, eins für helle Hintergründe und eins für dunkle hochzuladen. Ich habe jetzt momentan nur eins hochgeladen, das heißt, ich werde das jetzt auch noch ändern und du siehst jetzt, beide Logos sind hinterlegt und der Theme Builder entscheidet jetzt quasi immer selbstständig. Sobald du einen dunklen Hintergrund hast, packt er mir in dem Fall jetzt das weiße Thrivebis Logo rauf und wenn ich einen heller Hintergrund habe, dann eben das farbige. Klicke hier auf Choose and Continue. Du springst zu den Markenfarben, klick einfach hier drauf, gib hier unten ein, welches deine Main Color ist, also deine Hauptfarbe. Klick auf Apply und schon kannst du auch wieder auf Choose and Continue. Nur damit du auch weißt, was die Main Brand Color macht und zwar richten sich jetzt deine Hintergründe, deine Buttons, alles was irgendwie farblich gestaltet und hervorgehoben wird, richtet sich jetzt nach dieser Farbe beziehungsweise diversen Schattierungen davon. Klick auf Choose and Continue und schon springen wir jetzt zum Header. Und der Header ist eben der Menübereich, den du hier hast. Den kannst du prinzipiell immer komplett selber gestalten oder du klickst eben hier oben auf das Dropdown-Menü und dann siehst du, das sind jetzt mal alle Header, die dir Thrive Themes vordesignt und vorgegeben hat. Jeder dieser Header ist anpassbar, alle Elemente darauf sind austauschbar. Du kannst komplett ein anderes Element reinziehen Was ich dir nur raten würde, geh jetzt von Haus aus hier mit irgendeinem Header, der deiner Vorstellung am nähesten kommt. Weil umso weniger musst du eigentlich dann selber nochmal nachbauen. Also du siehst jetzt, du hast hier relativ viele Header mit Call-to-Actions, also Header, die Conversion optimiert sind. Du hast auch Header mit Telefonnummern drin, mit deinen Social-Elementen. Also was genau du hier jetzt nehmen möchtest, liegt ganz an dir. Ich wähle für dieses Beispiel jetzt einfach mal einen ganz einfachen Header aus. Der wird mir hier jetzt angezeigt. Wie du siehst, mein Logo ist automatisch eingebaut. Mein Custom-Menü ist jetzt für den Moment eingebaut. Und das wäre jetzt der Header, den ich jetzt auf allen meinen Seiten hätte, die ich für den Moment erstelle. Oder natürlich auch auf dem Blogpost drauf. Klick auf Choose and Continue. Wir gehen jetzt zum Footer über. Auch beim Footer haben wir das Gleiche. Klick hier oben einfach auf dein Dropdown-Menü. Such dir gleich mal einen Footer aus, der für dich am ehesten passen würde. So schaut momentan der Footer aus. Und wie gesagt, designtechnisch musst du dich jetzt hier noch gar nicht ärgern oder dir keine Gedanken machen, warum irgendwas vielleicht noch gar nicht so gut aussieht. Das alles passen wir dann später nochmal genau deinen Vorstellungen an. Klick wieder auf Choose and Continue. Und jetzt kommen wir zum Punkt Homepage. Hier hast du jetzt folgende Möglichkeiten. Und ich fange mal ganz hinten an. Einmal hättest du Display your Blog as Homepage. Das heißt, deine Blogübersichtsseite, deine Bloglist, wäre jetzt dann gleichzeitig der Einstiegspunkt auf deine Website. Und das machst du natürlich nur, wenn du unbedingt auch alle deine Blogs immer auf deiner Homepage haben möchtest. Anderweitig gibt es natürlich auch deine Bloglist-Elemente, die du auf jede andere beliebige Homepage einblenden kannst oder einbauen kannst, die du dir selber erstellst. Also das hier wirklich nur, wenn du jetzt alle deine Blogposts irgendwo auf der Startseite oder auf deiner Homepage eben haben möchtest. Display one of your existing pages. Das ist jetzt so, wenn du vorher zum Beispiel schon mit Thrive Architect gearbeitet hast und irgendein Theme wie Astra GeneratePress oder irgendwas benutzt hast, dann musst du hier wissen, alles, was schon mal im Thrive Architect erstellt wurde, wird eins zu eins auch so übernommen im Theme Builder. Das heißt, das Einzige, was sich hier ändern würde, ist, dass du vielleicht, dass sich das Theme ja ändert, und du deinen Theme Builder neu benutzt, dass du vielleicht gewisse Abstände neu einstellen musst oder falls dein altes Theme irgendwas in Shortcodes verpackt hat, das der Theme Builder nicht lesen kann. Dann müsstest du was anpassen, aber prinzipiell, wenn deine alte Homepage schon existiert und dir gefällt, kannst du hier auf Display one of your existing pages klicken. Und hier ganz links, und das ist die Version, die ich jetzt gerade nehme, dass du in diesem Tutorial mal siehst, was damit möglich ist, kannst du auch eine vordesignte Homepage dir aussuchen. Also die Thrive Designer haben sich hingesetzt, haben für bestimmte Bereiche etwas gemacht, und mit Sicherheit ist hier nichts dabei, was 100% zu dir passt, aber mit Sicherheit ist irgendetwas dabei, das dir gefällt, und dass du ganz einfach deinen Vorstellungen anpassen kannst. Klick also hier auf Choose from Readymade Designs. Hier siehst du, so würde jetzt für den Moment deine Homepage aussehen, und wenn du hier oben eben hinklickst, wieder auf unser Dropdown-Menü, dann siehst du die ganzen Homepage-Templates, von denen du dir eines aussuchen kannst. Wie du siehst, es sind irgendwo Call-to-Actions verteilt, es ändern sich die Header-Section, es sind für verschiedene Bereiche einmal auf Produkte fokussiert, oder wenn du jetzt irgendwelche Services anbietest, such dir einfach irgendeines davon aus, was dir gefallen würde, das Blank-Template würde ich jetzt eigentlich nicht nehmen, hier würde ich, wenn ich sage, ich will es von Null aufbauen, vielleicht sogar später einfach mein normales Seiten-Template benutzen, weil da sind wenigstens meine Abstände schon richtig eingestellt, aber die Templates erfährst du in einem späteren Video. Das heißt, für dich an dieser Stelle such dir hier eine Vorlage aus, die deiner Vorstellung am nähesten kommt, und ich bleibe jetzt einfach bei dieser Website, die wir hier hatten, und klick auf Choose and Continue. Der nächste Punkt ist Single-Blog-Post. Und das war auch der Grund, warum ich schon Blog-Posts angelegt habe und ein Bild dahinter gelegt habe, dass du zumindest irgendeine Vorstellung bekommst, jetzt wie das Ganze aussieht. Also jetzt wäre das Template, das benutzt würde, dass wir oben eben den Blog-Post-Titel haben, wir haben hier unser Featured-Image, haben dann hier noch einen Text, ich habe dazwischen noch ein Bild eingebaut, und unten gibt es dann nochmal in diesem Template jetzt den About the Author, die Kommentare, und nochmal eine Bottom-Section, die wir hier haben. Klick einfach wieder auf dein Dropdown-Menü, und hier hast du verschiedene Templates, auf die du schon mal gehen könntest. Und hier ist ganz wichtig, zum einen zu unterscheiden, mit Sidebar oder ohne Sidebar, wobei auch hier keine Angst, du kannst es später jederzeit anpassen, das heißt, wenn ich jetzt das nehme, oben mit dem großen Featured-Image, über die komplette Seitenbreite, und auch hier die Sidebar, und wenn mir dann einfällt, oh, Sidebar brauche ich jetzt doch keine, kann ich die später jederzeit ausblenden. Ich glaube, bei diesen Templates geht es eher darum, zumindest mache ich das so, wo soll ungefähr mein Bild sitzen, und gibt es vielleicht noch irgendwas drin, wie hier jetzt Google Maps, das ich ohnehin drin haben möchte, und nicht extra selber einbauen möchte, dann gehe ich halt mit dem. Also ich wähle zum Beispiel jetzt mal dieses Blogpost-Template aus. Genau, hier geht das Featured-Image oder die Top-Section über die komplette Breite, links das Featured-Image, rechts jetzt der Blog-Titel, dann haben wir hier wieder den Text, wir haben die Kommentare, die Bottom-Section. Hier drin hast du jetzt eben die ganzen anderen Blogposts, wie das jetzt angezeigt wird, ist jetzt natürlich nicht super hübsch, aber auch das können wir später ändern. Ich klicke wieder auf Choose and Continue. Jetzt geht es zu meiner Blog-Übersicht-Seite. Also wie soll die Seite aussehen, auf der alle meine Blogposts dargestellt werden? Ich klicke wieder auf das Dropdown. Auch hier hast du wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, auch hier schau einfach, was deiner Vorstellung bereits jetzt am nächsten kommt. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt auch mehrere Blogposts gleich angelegt habe, weil so können wir uns mal durchklicken. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal dieses hier. Dann siehst du nur eine kurze Übersicht mit Blog. Hier wird es noch deine Reason-Posts, die letzten Posts geben. Natürlich stimmen jetzt meine Bilder, die ich für die Blogposts benutze, von den Seitenverhältnissen nicht überein mit dieser Vorlage. Das heißt, hier müsste man dann eventuell die Bilder anpassen, dass man die kleiner macht oder von Haus aus ein anderes Seitenverhältnis wählt für seine generellen Blogposts-Bilder. Nehmen wir vielleicht noch mal ein anderes, das dem meinen Bildern näher kommt. Vielleicht gehen wir mal auf Featured-Layout 2. Hier siehst du, hier hast du ein riesiges Übersichtsbild. Hier hast du deine einzelnen Blogposts wieder. Und nehmen wir vielleicht abschließend noch ein anderes. Und zwar gehen wir mit diesem Layout hier. So, dann siehst du, hast du hier eine Suchleiste für deinen Blog. Und hier kommen jetzt die ganzen einzelnen Blogposts untereinander als Liste. Hier siehst du auch, hier kommen jetzt die Bilder am besten raus, weil das Verhältnis einfach stimmt, weil der Platz da ist. Aber wie gesagt, alles kannst du später noch mal anpassen. Wähle hier wieder einfach auch irgendeines, das deiner Vorstellung am nächsten kommt. Klicke wieder auf Choose and Continue. Und jetzt sehen wir die Beispielseite. Die Beispielseite ist für den Moment dein Standard-Template oder das Seiten-Template, das wir jetzt auswählen. Wenn du eine neue Seite kreierst, wird immer dieses Layout aufgerufen. Das heißt, ich würde mich im Vorfeld jetzt mal für dieses Standard-Template oder würde ich mir überlegen, was brauche ich wirklich darauf und was füge ich dann gern später erst noch mal dazu. Und hier ist es eben so, dass ich kein Freund davon bin, auf meinem Standard-Template jetzt irgendwo eine Sidebar zu haben, irgendwie eine großartige Hero-Section oben. Ich persönlich gehe lieber mit einer nackten Seite an sich. Wenn, dann würde ich mir irgendwas aussuchen wie dieses hier, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich habe meine nackte Seite und habe unten jetzt vielleicht nur noch mal mein Newsletter-Anmelde-Formular drin. Aber da das alles eben Sachen sind, die ich jederzeit wieder einfügen kann, ist es bei mir immer so, wähle ich als mein Standard-Seiten-Template immer die nackte Seite aus. Hier musst du für dich entscheiden, wie deine Seiten aussehen sollen. Hast du auf allen Seiten irgendwo eine Sidebar drin? Und wähle auch hier dieses Template aus, das deiner Vorstellung am nächsten kommt. Im letzten Schritt hier könnten wir jetzt noch ein Menü auswählen und wenn du schon Menüs erstellt hast, dann wähle die einfach hier im Dropdown aus. Ich habe auf dieser Testseite noch kein einziges Menü erstellt, deswegen klicke ich hier auf Continue without choosing a menu und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir meine Seite anschauen und wenn du noch weißt, wie die vorhin ausgesehen hat, im Endeffekt war das nur die leere Seite mit vier Blogposts drauf, siehst du, haben wir hier jetzt eigentlich schon relativ viel erreicht. Das ist jetzt unsere Startseite, die wir haben. Also die Homepage, die wir erstellt haben. So sieht jetzt die Blogseite aus, die wir erstellt haben. Und jetzt beginnt dann nach dieser kurzen Einrichtung eigentlich die wirkliche Arbeit für dich, denn wenn dein Grundgerüst jetzt steht, kannst du jetzt damit beginnen, die ganzen einzelnen Punkte durchzuarbeiten. In den nächsten Videos haben wir also vor uns, wie du hier auf der linken Seite siehst, das Branding. Das heißt, hier legen wir nochmal fest deine Logos, deine Farben, die Schriften, die du noch machen kannst. Ganz wichtig sind die Templates. Die Templates sind eben die Vorlagen für deine Seite. Und hier musst du nur wissen, du kannst dir mehrere Vorlagen erstellen. Zum Beispiel, wenn du jetzt mehrere Vorlagen brauchst für bestimmte Blogposts, weil du schreibst zum Thema Vegan, du schreibst zum Thema Fleisch, zum Thema Vegetarisch. Und jede dieser Seiten möchtest du so gestalten, dass man auf den ersten Blick sofort merkt vom Layout her, in welcher Kategorie ich drin bin. Dann legst du dir einfach verschiedene Templates an. Also ein Template für Vegan hat zum Beispiel Sidebar, ein Template für Fleisch hat keine Sidebar. Dafür gibt es oben im Top-Section immer irgendwas. Und diese einzelnen Templates kannst du dann jeweiligen Kategorien, jeweiligen Posts oder Seiten zuweisen. Und so bist du eigentlich zu keiner Zeit limitiert, in dem genau umzusetzen, was du auf deiner Webseite genau brauchst. So, das war es dann mit diesem Tutorial. Die grundlegenden Einstellungen im Theme Builder sind, was das Layout betrifft, für den Moment getroffen. Was wir jetzt noch machen müssen, sind, wir legen noch dein Branding fest, wir legen die Schriftarten noch fest und du musst noch verstehen, wie Templates funktionieren. Und dann bist du eigentlich so weit, dass du mit dem Design deiner Seite loslegen und dich richtig austoben kannst. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dieser kurzen Einführung hast, dann hinterlass die gern in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einfach einen Daumen hoch da und wir sehen uns im nächsten Video.